Komm, ich mach zuerst diese History-Pay-Cup-Pay-Cup. Was ist das? Enthält einen FIFA-World-Cup-History-Maker-Spieler? History-Maker. Okay, wer hat Geschichte geschrieben? Ich hab gehört, es immer P soll dabei sein. Aber, keine Ahnung. Ich lass mich überraschen. Wir öffnen jetzt hier. Cool. Coole, ey, ich muss sagen, coole Animation, ne? Was hat Pulisic für eine Geschichte geschrieben? Was ist das denn? Kommen Upgrades, ja, die bekommen Sibi.